Yo Leute was geht ab? Wir sind wieder zurück mit einem brandneuen Video. Ihr könnt es schon sehen, ich habe die Box dabei, denn wir machen heute für euch ein Hydro-Dip-Experiment, das zeigen wir euch jetzt, lasst gleich da und let's go. Ich mache jetzt mal die Schuhe komplett weiß, damit er auf jeden Fall geil aussieht danach und ja, let's go. Okay Leute, das Schuh ist weiß, ich würde sagen, ja, erster Versuch für Pepnin den Schuh, bisschen auf, mache jetzt auf jeden Fall die graue Farbe rein und die gelbe würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen Leute, sparen wir erstmal das Wasser an und dann geht der Schuh auf jeden Fall rein, ich bin gespannt, let's go. Shoulda been taking notes, I'm in the back of the class and I got my hat real low, you know how that shit go. I ain't biting my tongue, man, I'm just trying to touch the basses like I hit a home run, so put your middle fingers down in your thumb and just let it snap like that, yeah, bring it back, yeah, that's a rap, hola. Spray is ready, ich würde sagen wir dicken den Schuh mal hinein und gucken mal was passiert, let's go. Okay Leute, der Schuh kann auf jeden Fall jetzt rein, ich bin wirklich gespannt was passiert und ja, ich würde sagen, let's go. Los geht's, los geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, guck mal depicts die Motive an. Ohhhhh. Leute, was ich sagt's dich für ein kranker Schuh. Hol. Christ. Der Schuh ist jetzt auch ready Wir machen mit dem Schuh was anderes, was Spezielles Ich bin gespannt, wie da gleich ausnehmen wir jetzt Und ja, lass ihn kurz trocknen Und dann geht's los Let's go Boom Leute, okay Der Schuh ist soweit getrocknet Ich würde sagen, wir machen den Schuh jetzt ein bisschen schwarz, ein bisschen düster Und gucken, was da rumkommt Aber erstmal muss das Spray ins Wasser Let's go Okay, I ain't trying to drive, I'm trying to ride along So give me your phone and let me play a few songs You ain't gotta know, I'm just fake it and play along What else I might do when I'm sitting shotgun Man, I'm a shotgun DJ, same song replay Big Punt, Outkast, three-staff-counting Das sind die Runde, richtig Zeit nutzen, da Weil ich bin die Menschen Was war jetzt mit der Schuhgarten sehen? Heftig, bitte Ich weiß nicht, das wird jetzt der Burner Wow, gucken wir jetzt aus, jetzt haben wir näher Jetzt haben wir näher, das sieht unnormal brutal aus Komm, machen wir den mal so rein Okay Are we ready? Ja, ich bin nervös Ist ja auch egal, ich weiß nicht, Alter Mach jetzt Oh, ich bin nervös Ja, ich bin nervös Wait, wegen der Bau ist Dementsшибer Also wenn wir die andere Seite noch machen, aber... Klappst du die andere Seite rein sofort? Sagen wir? Ich bin gespannt, rund. Okay, jetzt ist das Ding komplett. Jetzt können wir uns das Ding in die Metrine stellen, das Ding. Leute, ich geh ein paar dreckige Sachen hier noch. Aber wenn der clean ist, guck mal hier. Schau dir mal diese Details an. Das ist das BVW-Logy eingraviert. Auch mit schwarzen Details. Leute, schon geil. Wie gesagt, wenn ihr mehr solche Aktion sehen wollt, Leute, wenn ihr vielleicht so bald üben und dippen, dann lasst ein Like da, Leute. Schreibt mir in den Kommentaren, welche Show euch am meisten gefeiert, darf ich sagen, Leute. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao, ciao.